ja bei einem geht's noch je nachdem was das für ein killer ist wenn das nicht so hillbilly ist oder so oder eine nurse dann geht's noch aber haben wir ja auch schon öfter geschafft aber wenn zwei die sehen dann kannst du die runde wirklich vergessen weil du musst dich ja gegenseitig holen da braucht er nur noch zu campen dann entweder das dann hat er den anderen nur noch zu jagen oder er kennt nicht und wartet dann bis abgehoben worden ist wasser ist dann auch schon fast sowas ähnliches wie kämpfen in dem fall wenn man zwei die sie es hat kommen wir eigentlich noch mal irgendwann von dieser farm weg ich bin nicht die obsession aber könnte ein liedchen sein oder ein geist ist ein geist oder da hinten schwebt mir gerade was her ich rede vom geist nicht vom gespenst achso das sah gerade irgendwie komisch aus kann auch ein ghostface sein wahrscheinlich ist ein ghostface oder michael Adam kommt zu mir gelaufen ach leck mich aus ja renn du ja genau immer hier drauf genau nicht schön ja komm also der typ will keine chance machen der läuft hier nur wegen totem rum glaube ich zwei totems sind weg das war wahrscheinlich dann gerade in dem moment kurz bevor ich den check hatte ach ich hab echt keinen bock mehr das war echt meine letzte runde jetzt das reicht jetzt glaube ich für heute das ist ja nur scheiße warte ich brauche noch im fünftel ungefähr dann bin ich direkt bei dir kann aber sein dass der oder auch nicht der kämmt hier eh der kämmt hier eh sicher er rennt hier rum rennt hin und her und guckt schön ja jetzt rennt er da hin der neben mir ist Adam der holt mich jetzt der farm mich jetzt gerade runter ja das hat mich runter gefarmt ja und hat mich geblockt auch noch ja so geil jen ist durch der killerketter der killerkiller ist irgendwo hier in der mitte aber ich hab keine ahnung wo meine rein oder raus kommen ne er farmt mich hier und ich falle jetzt um ich bin tot ich kann nicht mehr lange weil ich blute gerade aus ach scheiße ich komm hier nicht rüber gesprungen pass auf ich komm dazwischen ah fuck du bist natürlich reingelaufen ja ich kann nicht anders ja ich hab den hit genommen das war aber ziemlich dämlich weil ich hätte ihn stunnen können der ist hinter mir her der will dass ich sterbe ja aber du hast zumindest ein bisschen also du hättest weiter kommen können hättest du mir das Ding jetzt nicht vor die Fresse gehauen verstehst du es nicht der verfolgt mich trotzdem weiter ja du hättest aber mehr Abstand gehabt deswegen hab ich ja den hit genommen aber ich bin geblockt worden durch die Palette deswegen hat der mich überhaupt echt gekriegt komm leck mich du Penner ey gehts sowieso jetzt als nächstes auf mich weil ich die einzige bin die noch verletzt ist ist er noch bei dir? ja er steht doch direkt hier rum der Facecampt ja es ist ein Facecamper auch noch äh super und weil hier noch einer rumläuft und sie werden alle geschlagen von ihm er steht mir direkt gegenüber kann ich ja nicht aufhören wenn die natürlich auch alle hinrennen wenn er da steht ist es ja für ihn das Einfachste einfach nur zu luten ja der wartet hier komm mach irgendeinen Gen er steht mir gegenüber aber ich geh trotzdem davon aus dass ich dann die nächste bin die dann die Facecampt wird dann kriege ich einfach hin Hast du das jetzt nicht mehr, dass sie runter... Ah ne, du hattest keinen runter geholt, ne, vorher. Ich bin die ganze Zeit dran gewesen. Also nein. Die laufen aber alle bei dir in der Nähe rum. Boah, der Killer kommt wieder hier hin, ey. Was hat der einen anderen? Ja, aber er lässt sich ab von mir, der geht wieder auf mich. Er wird unsichtbar und in der Geschwindigkeit. Er ist so schnell da. Oh scheiße, ich bin bei dir. Sorry. Naja, ist aber zu mir jetzt, er ist zu mir. Naja, der wird aber dich nicht wollen. Der will mich... Ich hab ne unsichtbar gestunnt. Haha. Der mich pisst denn so an noch, ey. Deswegen will er dich wahrscheinlich auch. Ich bin einmal die Runde gelaufen, bin wieder am Jam, ja. Vorsicht, du vor dir links. Da wurde Janice dahinter, bin ich. Nein, ach, da wollte ich gerade hin, ey. Jetzt bin ich tot. Das war's dann. Ja, aber die anderen sind auch bei dir. Ich hab wieder einen pinken Schlüssel. So ne Scheiße. 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 Nein, ich lieg in der Palette. Ich lieg in der Palette, Leute. Da ist einer... Der Adam ist, glaub ich, bei dir gewesen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ey, die kommt... Naja, ich... Naja, läuft jetzt weg. Fuck. Scheiße, 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 scheiße. Ich lieg in der Palette, Leute, Leute. Aber die Clodette geht rein zum Jen. Ich bin dann tot. Was ein Assi-Killer. Also ganz ehrlich, was ein Assi-Killer. Der ist nur hinter mir hinterher gewesen. Und wenn die dich so den bedrängt hätten, die beiden da, ne. Aber der hat sich nicht für die interessiert. Die haben mich da zu zweit dann runtergeguckt, während der daneben stand, ne. Die haben das gut gemacht, aber... Da hab ich's nicht drauf verlassen, ehrlich gesagt, weil ich hab die Jens alle durchgezogen in dem Moment. Sonst wär ich schon viel Ertoten, aber... Das ist echt sowas für'n Arsch gewesen, ey. Das ist so'n Penner-Killer, ey. Du hast aber auch nicht zufälligerweise irgendwo die Klappe gesehen, ne. ... Ah, fuck, 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 fuck. Jetzt opfern wir quasi den Anderen. Naja, das ist seine Taktik. Kannst du mal gucken, ob der in unsere Richtung kommt gleich? Ja doch, der fehlt neben euch. Ne, 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 neben euch direkt. Der Killer ist aber in das Haus gegangen, in das Schweinehaus. Der macht den Gender kaputt, glaube ich. In das Schweinehaus? Ja, den kannst du holen. Jetzt geht's ja da runter. Ja, die Clodette war doch gerade da dran. Ja, sie ist aber nicht drangegangen, obwohl der Killer gar nicht da ist. Ach, hier ist die Klappe, scheiße. Nein, jetzt ist der Killer dran. Ne, die Clodette macht ein Dings, die macht ein... Du bist nicht drangegangen. Ne, ne, ich bin gerade da hingelaufen. Kommt, 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 kommen alle hier vorne hin, hier vorne hin, hier vorne hin. Hier, Leute, kommt rein, kommt rein, bitte. Ich hoffe, die haben das gesehen, ich bin direkt vorher reingesprungen. Oh, bitte, bitte, bitte. Ja, bitte, bitte. Ja, bitte. Geil. Ist das geil. Also, tut mir jetzt wirklich leid wegen dir. Ich hasse sowas wirklich. Du weißt ja, wie ich dazu stehe. Aber echt geil, dass die da noch alle durchgesprungen sind. Weil ich habe nämlich gesehen, der eine ist gerade runter und ähm... Ja, ja, Tunnel, das war doch der... Ja, der ist doch ein Tunnel gewesen. Ja, ja, war er, ja, ja. Boah. Das ist wie Voll-Lobby-Idiots, ja, ja. Fick dich selbst, du Arschloch. Du hast drei Kills nicht bekommen. Und das trotz Face-Camping. Ich meine, wie gesagt, es tut mir jetzt unheimlich leid wegen dir, aber ich hatte gehofft, die sie stand direkt neben mir, die Claudette, und der andere lief direkt dahinter, weißt du? Lief gerade von ihm weg. Und er hatte ja auch noch, ähm, äh, Dings hier, geliehene Zeit. Ich hatte echt nur noch gehofft, bitte lass sie noch nicht geschlagen haben, weil dann konnte er ihn noch schlagen, bevor er auch da reingesprungen ist, weißt du? Mhm. Oh, ist das geil. Ist das geil. Das ist ja geil. Untertitelung des ZDF, 2020